Sooo und herzlichen Willkommen zurück zum zweiten Teil der siebenteiligen Reihe. Wir spielen die Guild 1 und Guild 2 Reihe, während sie noch in der Show früh groß sind. Und jetzt sind wir bei Guild 1 beim zweiten Spiel. Und das wird wirklich sehr interessant. Denn ich habe das auch viel gespielt. AeroPorter. Wir sehen ein Flugzeug. Und hier spielen wir ein Flugzeug. Nicht direkt ein Flugzeug Simulator. Aber irgendwie werden wir da die Gepäckablage steuern können. Also es wird sich ganz 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 nett zusammen. Genauso wie der diesmalige Game Designer Yo Tsaito, der mit Level 5 gearbeitet hat. Sprich er hat das Spiel entwickelt und Level 5 rausgebracht. Und da kam halt AeroPorter raus. Und das muss ich direkt mal bei Wikipedia nachlesen. Denn es ist so wirr. Kommt ja durcheinander. Also Yutaka Saito oder Yut Saito ist ein Spiel Designer. Hat allerdings Wissenschaft und Architektur studiert. Hat das Spiel, das macht schon ein bisschen Sinn. Das Spiel SimTower entwickelt. Also irgendwie so ein Turm Hochbausimulator. Gut, er macht das mit dem Architektur schon ein bisschen Sinn. Und später hat er noch ein paar Spiele gemacht. Und das bekannteste, was bei wenigstens ein bisschen was sagt, ist die Seaman Reihe. Ich glaube da steuert man irgendwie so ein Delfin im Meer oder sowas, glaube ich. Und ansonsten hat er noch einige Bücher geschrieben. Anscheinend ist er ein ziemlicher Retrogaming Fan. Da er einige Bücher über den Macintosh geschrieben hat. Und noch ein Buch namens The Price of Waiting 3 Minutes for a Hamburger. Ein bisschen wirre das Ganze. Und ich bin auch mal sehr gespannt, wie das Spiel wird. Ob wir die überhaupt die 20-30 Minuten zusammen kriegen. Bin sehr gespannt. Geben wir uns mal Aero Porta. Das wird jetzt sehr interessant. Auch das strangeste Spiel von Level 5 bestimmt. Aber schauen wir mal. Wir schützen nicht, wir gucken erst mal. Welcome to Aero Porta. Airports are a symbol of the romance of travel used by travelers worldwide. But behind the scenes, luggage is sorted at the center loop, the backbone of support for arriving and departing flights at your airport. Keeping flights on schedule depends on your skill at sorting. While most people never see the center loop, there is no end to the odd events that occur here. This game will put you in the charge of luggage at the center loop, where you can build your tiny original airport and your world class flight hub. Now set the button on the touch screen to begin the game. Okay, wie ich schon gedacht habe, wir werden irgendwas mit dem Luggage machen. Ich läuft wieder mal drei Stunden durch. Ganz kurz bei settings gucken, mache ich ganz gerne mal. Okay, passt alles. Und zurück gehen so. Begin game. Bin mal sehr gespannt. Also ich habe keine Wartung, aber die ist schon relativ hoch. Welcome to Aero Porta. You must be the new sorting clerk. The best way to learn how to do your job is by doing it. First press the A button. Lass es kriegen. See how the arm on the right lowers. Was? Habe ich nicht gesehen. Use this to drop luggage to the lower carousels. Ah. Ah. Links, rechts habe ich gecheckt. Now use the A button to lower some luggage for real. Und damit euch. That's it. Just like that. Das kriege ich doch hin. Lowering the arm to move luggage first and further down the carousels is fundamental to sorting. Okay, let's move to the next step. Bestimmt L dritten. Press the L button to lift the luggage. Oh, ich hatte schon durchgespielt. Luggage back up. Ah, da geht es wieder hoch. Okay. Great job. That is how you raise the luggage to an upper carousel. Now let's put all of the luggage onto the topmost carousel. Das alle wieder nach oben. Ah, ich muss ihn wieder zumachen, dass die nicht runterfallen. Okay. Now for the next step. Press the up button again to load the luggage down. So, wieder runter mit euch. Pupp. 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 See where it said load at the center of the carousel? This refers to loading the luggage from the carousel onto the part flight. So, you can load using the control pad and the A button. Pupp. 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 Okay. That's the ticket. If you load all of the flight luggage in time before it departs, you'll earn a department bonus. Now for our final exercise. Pupp. 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 Bei how it's over? Oh, it's difficult. Dang. No, I don't check it. Ack. Pupp. müssen nach oben. So. Hoch mit dir. Hoch mit dir. So. Die kommt da rein. Die hier. Ha. 300 IQ. Ich kann das doch. Hey. You managed to get a 100% downgrade body parture. Congratulations. Training is complete. Get ready to hit the ground. Running tomorrow. Und jetzt hat es ein richtiger Hardbot bestimmt. Oh, das ist richtig. You didn't give us your name yet. What shall we call you? You can share content created in your games through StreetPass. Oh, was StreetPass auch macht. War ich nie so der Fan davon. So. Namen tippen. Nehmen wir mal. Das ist, by the way, der uralte 3DS, wo der Bildschirm so winzig ist. Wo man echt Probleme hat, den richtigen Buchstaben zu treffen. Deshalb spielt Clubhouse viel lieber auf den größeren. Da trifft er sogar mit meinen fetten Wurstklingen genau richtig. Aber hier hat sogar der Stylus Probleme. So. Select. Yes. Mal noch mal die kurzen Namen. Der Name ist Bob Saito. Saito Bob. Ach, weil der Typ. You Saito heißt wahrscheinlich. From here on. I'm out. You going to be handling this on your own. Ai, ai, ai. Vital tips will come in from the control room. Make sure to keep this in mind as you work. Good luck. So. Hangar Sorting Games Street Pass History. The airport is still a minor region airport. The aren't many flights or passengers in the state flares. Also man muss quasi das Ganze ähm bekannter machen und vergrößern, dass da ein bisschen mehr geht, okay? Machen wir erstmal den Hangar. Gucken wir da mal. Ah, geht also noch nichts? You must upgrade your airport to an international airport. After playing the power lifts and auto loader via combo bonuses, you can get your own special aircraft for getting a double combo. Once you receive, is this, äh, workcraft free-resistable from your Hangar. Also geht noch nicht, also geht noch nicht, muss ich erst mal ein bisschen ein bisschen ein bisschen rein looten. Hi there. Mein Name ist Bob Seifer. Good job. Good job. G-g-g-g-g-g-getting through training. I know it's sudden, but today is going to be your first day, Sorting. There are going to be three carousels instead of the two that were in training. So watch out. Oh, ist es richtig hot. Oh, and I forgot something big. On the top right of the upper screen, the numbers of passengers in the airport, that day is displayed. Okay. Okay. Your goal is to boost that number. Your first goal is to get 2,000 passengers through in one day. Your shift runs until 16. Good luck out there. Okay. Carousels laufen. Ja, 2,000. So. Und ist der blaue. Der gelbe ist hier. Okay. Und pink ist hier. So. Okay, das wird echt schwierig. Merke ich jetzt schon. Schauen wir mal langsam mal die die nach unten. So. So. Und die blauen. War es echt nicht so einfach. Und da steht immer, wie viel drin sein müssen anscheinend. So. Jetzt gelbe geht. So. Pink. Wahrscheinlich weit mehr nach unten. Ach, ganz ansonsten. Da werden wir schon 480. Ah. Wenn da ist der Fehler, dann bringe ich paar runter, die ich runterbringen will. Weil ich bin jetzt halt bevor. Der geht's gerade. Und mal die roten wieder nach oben. Game over. Ah ne. Alles cool. Boah. War backen ein bisschen. Also darf ich zu viel drauf sein. Sonst braucht das zu viel Benzin. Okay. Macht's ja nicht irgendwie. Wie ein Auto, das ein bisschen zu voll ist. Der red meter below the button carousel shows the main fuel. As it runs slow, the generator slows down and the lights assorting the silency go out. Also ich hier nix. Its fuel reserves continue to drop. The generator whistle will slow down too. War da keine Angst hier. Die Masamalty. War's echt nicht einfach. Ah. Die roten. Die pinken nach unten. Die auch noch ganz gut. Die beiden. Jetzt gehen wir mal den blauen nach oben. So. Und jetzt sind wir noch pinke. Ab dafür. Das war weder richtig noch falsch. So. Ah. Geht nach unten. Da kommt schon 840. Ist schon mal gut. Nach unten. Ah. War's echt nicht so einfach. Und jetzt auch. Und jetzt kommt die richtige Hardmode. Und tatsächlich. Und noch eine roten nach oben. A 3000 challenge. A 3000 challenge. 30.000 G. Cancellation fee. Has been. Divide against you. Be more careful in the future. Gold. Gold. Also fies auf jeden Fall irgendeine strafe. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall alle blauen nach unten. So gut wie es geht. So gut wie es geht. So gut wie es geht. Ab dafür. Neue. So. Wir haben 1200. Ja. Ist das auch einzelne? Ne. Da wird der blaue sein wahrscheinlich. so der rote da ist nicht so easy der rote runter der blaue dann der abfahrt pardon die interruption, but i should explain about how to add extra fuel das geht doch nicht, außer wir haben noch so viele Übersymbols press the y button while sorting to purchase 5 million worth of additional fuel 5 million von dem cheese wahrscheinlich we're sending you a unit to test out now, but carousel won ok schauen wir mal ach da fällt so ein Ding runter ok das muss in einem Tag auch klein oder wie guide it down to the generator at the very bottom this will add fuel make sure not to load it on a flight ah conversely don't load normal luggage into a generator below or the luggage we visit is destroyed be careful with the bags ok er macht's halt noch schwieriger also a single one time fuel limit will be dropped in to prevent the total shutdown und machen grüne dazu also der muss ganz nach unten ok wir erstmal den nach unten so der ist schon mal weg das ist schon mal gut dann das mit den roten gerade so gut aussieht abfahrt da mit den grünen so als haben wir erst 14 Uhr wir haben noch zwei Stunden Zeit ah pinke cool und dann noch ein paar Passengers äh deshalb läuft's relativ gut sogar ich muss mir sagen das ist echt nicht so einfach ich meine da kann eigentlich eh dies kaputt gehen aber trotzdem jetzt ach sage mal du gehst auch mal runter so wir pinken abfahrt 19,20 schafft wir doch locker und die weg haben wir schon über 2000 perfekt die flight of carousel number one has taken off because it had read scheduled departure time ach der ist ein timer doch noch gar nicht gesehen a flight will depart when it reaches its set departure time whether or not its luggage its luggage is oh das ist ich kann kein english its luggage is loaded that's how the airport operates keep that in mind if a flight has no luggage loaded at all it will be cancelled and you will be charged with a penalty so watch out also wir mal gucken dass was drin ist so die paar blaue ja die können alle hin da hinten den kann ich auch schon loaden wenn ich will okay hoch jetzt schon feierabend ah ne eine stunde noch okay das heißt ich muss jetzt gucken dass ich dir noch schnell was mir klauen dass da kein ach hoch hoch da ist einer falsch drin hoppala hoppala was mach ich denn jetzt hoppala was mach ich denn jetzt hoppala hoppala was mach ich denn jetzt hoppala Ah, no. Rot ist unten, gelb ist da. Sind da ein paar Fallstellen. Macht das was? Und die gelben kriegen wir auch rein. Alles schafft ihr noch, perfekt. Komm schon, blablablabla. Jawohl, alle abgeliefert. Heist taken off, because it's a treat scheduled departure time. Perfekt. A flight will be part when it reaches its set departure time, whether it's not its luggage. Lagertest du das hatten wir doch schon? Ist doch okay. Sehst du nur, feier uns. It's 60 now. Thanks for the hard work. Your shift is done for the day. Oh, nicht schlecht eigentlich. Heist in der Karte 2860, 20 Flüge Cargo Ratio. Also quasi wie viel das Richtige, glaube ich. Der Minimum ist so gepatzt. Ich glaube, das waren die zwei falschen. Und 283 G im Kahn. Okay, war also relativ gut. So, Street Pass ist zu. Da kam gar nicht auch noch irgendwas. Ah, du musst ihn auch noch irgendwie freisch halten, wenn ich so einen Hangar habe. Da bin ich auch noch gar nicht fertig. Ich muss da auch noch. Wahrscheinlich so extrem zu sortieren, dass ich dann endlich mal. Wobei, wie kann ich noch keine Flugzeuge haben? Wenn ich glaube ich schon die Flugzeuge laden kann. Das ist ein bisschen schlecht wie das Spiel tut. Aber ist egal. Das war auf jeden Fall AeroPorter. Ein echt leicht ungewöhnliches Spiel. Aber macht schon irgendwie Bock. Ist quasi ein Gepäcksortier-Simulator. Ich weiß nicht, was man da später am Hangar machen kann. So erzählen wir es noch gar nicht. Ab bisher. Schon irgendwie ganz cool. Also so wie es schon wirklich ist, ist schon irgendwie ganz cool. Da muss man nur ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht so durcheinander kommt mit den Farben. Aber ansonsten. Ja, warum nicht? Ist irgendwie mal was anderes. Und deswegen war wie gesagt AeroPorter. Eine Kollaboration von Level5 und Jude Saito. Und wie hier steht, nur noch bis zum 27.3. im E-Shop erhält. Und bis zum nächsten Mal zum nächsten Guild One Game. Bis dann. Ciao.